Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks und dabei will ich euch einen Panzer zeigen, den ich euch so noch nie gezeigt habe und zwar den FV201A51, ein Tier 7 Premium Panzer, in dem Fall schwerer Panzer, der Briten, diesen gibt es, oder gab es erst vor ganz kurzem und auf meinem Kanal hat er bisher noch nicht einmal Einzug gehalten, also umso schöner, dass er jetzt den Weg zu uns gefunden hat. Hier vom Matchmaking her sieht man ganz gut, er ist hier mit Tier 8 gematcht, allerdings auch 7 und 6, also von dem her für alles was dabei. Ja, und dann gucken wir uns nochmal die Kanonen-Stats soweit auch an, soweit das hier möglich ist. Schaden 150, also für einen schweren Panzer an sich sehr wenig, allerdings hat er einen sehr schnellen Reload. Durchschlag ist 171 und mit Premium-Munition dann 239, hat noch ein paar HE-Granaten auch noch dabei. Ja, sind wir mal sehr gespannt, wie er sich hier so schlägt. Er selber fährt hier ganz alleine, nur mit dem AMX hier auf die Seite. Das ist natürlich, ja, ich würde mal sagen, mutig. Schocksgott, um den Namen auch nochmal zu nennen, oder Schocksgoid. So, da vorne hat er schon einiges. Ein T-37, ein WZ, die Hellcat, also da wird ihm jetzt gleich nicht langweilig werden. Da schaut der WZ, durchschlägt ihn auch direkt und die Hellcat kommt da auch. Also schneller Reload trifft hier sehr gut, das muss man ihm lassen. Dass der WZ ihm nur auf die Kette geschossen hat, ist natürlich ein bisschen glücklich an dieser Stelle. Aber jetzt macht er es richtig und zwar wird er sich hier verziehen, weil die Übermacht ist da einfach zu groß. Da hat der WZ gerade noch über ihn drüber geschossen. Das Team ist hier sehr ungewöhnlich, also normalerweise wird die untere Reihe gerne angefahren. Die südliche Position auf der Karte allerdings hier eher Norden und mittig am Kempten. Sieht man eher selten. 3 zu 5 steht es daher auch schon für den Gegner. Jetzt kommt der WZ rum. Jetzt positioniert er sich so, dass er hier verteidigen kann. Der WZ bleibt jetzt stehen. Aber da kommt auch noch ein Super Pershing und die Hellcat nach. Hat er geschossen allerdings ihn nicht ankratzen können, beziehungsweise nicht durchschlagen können. Im Jagdtiger steht da auch noch. Also da ist jetzt einiges gleich an Arbeit für ihn. So, jetzt hat er hier schön gewartet, bis er Super Pershing hier rausgekommen ist. Jetzt würde er ihn wohl gern ketten. Aber Schaden machen wir uns auch schon mal ganz gut. Er hält jetzt hier immer schön in die Kette rein, weil er steht einfach so, dass er da gut durchkommt. Er selbst hat sich gut positioniert. Jetzt ist die Kette ab. Super Pershing hat hier riesige Probleme. Kommt hier nicht durch. Und er selber kann hier beständig den Schaden auf ihn machen. Mit Premium sollte der jetzt weg sein. Sehr gut. Wo hat denn der Super Pershing überhaupt hin geschossen? Dass er ihn so gar nicht durchschlagen hat. Au, jetzt kommt der WZ da rum. Das hat der WZ gut ausgenutzt. Diese Zeit der Ablenkung auf den Super Pershing. Hier drüben, der muss aufpassen, dass er nicht zu weit rausfährt. Weil, wie gesagt, da wartet nur die Meute so auf ihn. Und jetzt aber, der WZ wird jetzt hier mutig. Und wird rausgenommen vom Walker-Wulldog samt Munitionslager. Sehr schön. Hier den Kill. Und jetzt geht's weiter mit dem Jagdtiger. Beziehungsweise mit dem T29. Der Jagdtiger kommt hier natürlich durch. Weil so hart ist er dann doch nicht gepanzert. Auch wenn's anders wirkt hier im Replay. Aber die Panzerung ist gut durchschlagbar normalerweise. Der Jagdtiger macht es gerade auch ordentlich vor. Aber er stellt sich sehr gut. Das muss man eben lassen hier in der Aufnahme. Schöne Highroll. 190 ist schon fast Top-Damage. Und dann kommt der T29 raus. Unterschätzt den Nachladezeitpunkt. Und wird dann da gekillt. Aktuell 2600 Schaden. Ganz beachtlich. Und jetzt geht er auf den Tiger P. Will ihn hier aufs Heck schießen. Das muss ihn wahrscheinlich zum Brennen bringen. Tiger P. ist hier ein bisschen sehr zurückhaltend. Will hier nur wegfahren. Hat hier sehr starke Angst vor dem FV. Dementsprechend kann er ihn hier rausnehmen. Wenn der Tiger da ein bisschen aktiver gewesen wäre. und nicht so lange gewartet hätte mit einer Reaktion. Wäre es hier schwieriger für ihn geworden. Aber so konnte er ihn gut als Damage-Piniata nutzen. Und jetzt lebt nur noch der Jagdtiger und der T37. Da ist der Jagdtiger wieder mal. So, Jagdtiger steht jetzt hier super gut. Also man kommt hier super auf die untere Platte drauf. Und kann da dementsprechend ganz entspannt drauf wirken. Kommt hier auch mit seinem relativ niedrigen Durchschlag durch. Jetzt hat der Jagdtiger ihn aber entdeckt. Und jetzt auf die obere Platte. Da wird es kritischer. Jetzt hat er auch Premium geladen. Aber auch da wird es, da ist der Jagdtiger dann wiederum sehr gut gepanzert. Hinten lebt nur noch der T37. Hat jetzt 4269 Schaden schon angestellt. Ist die Frage, kriegt er vom T37 noch was ab? Oder bleibt es bei den zwei Kills? Das ist verhältnismäßig wenig eigentlich für die ausgeteilten Schaden. Und da ist das Spiel rum. 15 zu 9 ist es ausgegangen. 4270 Schaden aufgerundet. Sehr beachtlich. Hat dabei 960 Schaden abgewehrt mit diesem Gerät. Ja, was soll das Resümee sein? Also ich persönlich finde ihn sehr spannend. Allerdings vielleicht nicht unbedingt der stärkste T37 Premium Panzer. Da gibt es dann meines Erachtens mit der IS-2 schon schöne Alternativen. Trotzdem hoffe ich, dass es euch einen kleinen Einblick gegeben hat. Und wünsche euch weiterhin viel Spaß bei World of Tanks. Euer Aykaramba. Ich bin jetzt hier. Das ist ein Ruhm. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier.